Hallo Freunde der Selfie-Kamera. Sascha und ich haben ja letzte Woche die erste Episode von unserem Podcast publiziert. Der heißt Fast Bart Stats oder auch Dialog oder Tod. Und wir haben dazu einen eigenen Channel erstellt und wir haben uns entschieden, dass wir das einfach nur noch da posten. So, die erste Folge habe ich auch auf meinen Channel getan, damit es überhaupt eine gewisse Sichtbarkeit hat. Als so ein neuer Channel, den irgendwie noch keiner jemals gesehen hat und in keiner Suche quasi auftaucht. Aber jetzt ist es so, dass wir die Folgen nur noch da posten. Das heißt, wenn euch das interessiert, diese Unterhaltungen, die wir dort miteinander führen, dann ist es das leichteste, dort einfach auf den sogenannten Abonnement-Button zu bekommen. Auch im Englischen Subscribing genannt. Und dort kann man dann jede Woche eine Folge schauen, denn jede Woche wird eine Folge publiziert werden. Planmäßig immer am Dienstag. Der Tag, der in seinem Namen schon den Dienst an der Menschheit in sich trägt. Ja, das war's. Also, hier in der Beschreibung von diesem Video findet ihr den Link zur zweiten Episode, die dann dort auf diesem neuen Channel ist. Okay. Was ist derbardeste da? افت? Ich war's.